Was gibt's Freunde? Mein Name lautet Danny B-B-B-Bernich und willkommen zu einem neuen Team zum Snickers Beast. Und diesmal ist man wieder der... Jojo mit am Start und auch hallo meine lieben Freunde auf meinem Kanal und natürlich auch auf Dannys Kanal. Ganz genau und heute geht's weiter und ich habe mir schon eine Klasse hier erstellt, die mit der AK-12, eine ziemlich geile Waffe oder was findest du, Giorgio? Die AK-12 gefällt mir auch, aber ich sehe es noch nicht, ein mehr Klassen zu machen, weil das kommt so übertrieben überpowert vor, weil... Ja, das Problem ist, ja, ich weiß, was du meinst. Nein, Digga, wenn wir nämlich jetzt damit, jetzt sagen wir mal, das wäre jetzt echt unsere ersten Spiele, dann hätten wir jetzt auch nicht diese Trupppunkte, weißt du? Ja, ja, das stimmt zwar, aber das kann man leider denn hier nicht machen, weil ihr müsst berücksichtigen, dass man die Trupppunkte bekommt, auch wenn ich mit einem anderen Charakter spiele und die habe ich dann auch hier. Und wieso soll ich so tun, als hätte ich diese Trupppunkte nicht, dann weiß ich ja gar nicht, wann ich die hätte, weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß, ich kann das nicht einschätzen, wann ich die hätte, weil ich die ja schon habe und deswegen finde ich das schon okay. Schreibt mir in die Kommentare, also ich denke mal, das ist okay, dass ich mir die Waffen zu freigestellt habe, weil das ist halt ganz normal, so hätte ich das auch gemacht. Alles klar, wir zocken heute was anderes als TeamDeathMatch. Aber was ist aufgeputscht? Abschüsse geben, Zusatzfähigkeiten sowie, wollen wir aufgeputscht mal spielen? Ja, ja, den nächsten Modus einfach. Okay, ja. Also man muss innerhalb von 30 Sekunden den nächsten killen oder wie ist das? Digga, ich gucke jetzt kurz, achso, ich wollte noch kurz was zu gestern sagen, Freunde. Tut mir auf jeden Fall übelst leid, dass mein Elgato abgeschmiert ist. Ich gucke jetzt immer so ein bisschen mit meinem linken Auge noch auf die Elgato. Ich meine, wenn das jetzt abschmiert, kann ich jetzt auch nicht viel dran ändern. Das wäre dann wirklich übel schlecht, weil dann hätte ich auch keinen Bock mehr in meiner Position aufzunehmen, sondern dann würde das nur auf Denny's Kanal kommen. Aber ich denke schon, jetzt gerade sieht es echt sauber aus. Sieht alles so aus, als ob hier alles läuft. Ich hoffe es. Warte, hier labern wieder alle. Darf ich kurz mal was sagen? Ja. Und zwar, ich warte die ganze Zeit, war nass endlich fertig. Ja, das ist bei mir auch so, Alter. Ich dachte immer, ey, man hört denn nicht auf zu labern, ey. Okay, schaut euch mal die Nachrichten an. Alter, wie viele Nachrichten schreibt ihr mir? Unglaublich, Alter. Guck mal, wie viele Nachrichten ich habe. Und jetzt geht es auf voller Schnelligkeit. Uuuuh, komm, wie schnell das geht. Alter Schwede, das sind mindestens über, keine Ahnung wie viel. Haben echt so viele Leute eine PS3, Alter? Was ist denn da los, Alter? Das ist bei mir nicht anders, ohne Spaß. Heftig, Alter. Digga, du bist einfach ein heftiger Typ. Wenn ich groß werden werde, will ich so werden wie du. Ganz genau so wie du. Und, was liebst du an mir? Ich liebe deinen großen Penis, deinen riesigen Keitsche. Digga, aber jetzt muss ich erstmal die Leute hier auf stumm stellen. Na, boah, Digga, das hättest du schon vorher machen müssen. Die passen du mich an. Das kann ich dann im Lobby machen, ganz easy. Easy peasy. Easy peasy misi. Alles klar. Und wir spielen aufgeputscht. Das hört sich irgendwie so an, als wenn man auf Droge oder so. Kann das sein, Alter? Aufgeputscht auf Prison Break. Aufgeputscht auf Prison Break. Prison Break ist meine Lieblingsmap. Echt? Ja. Das ist die erste Map, die ich jemals gespielt habe. Und diese kleinen... Oh, missgebunden. Wieso reden die in den Lobby, Alter? Ich hab dir alles schon gestummt, Digga. Digga, Respekt, Alter. Weil ich einfach übertriebenes professionell bin. Digga, du bist der professionellste ever. Digga, wenn ich groß werde, ne? Will ich so professionell werden wie du, Alter? Kann ich nachvollziehen. Digga, kann jeder nachvollziehen. Wer will auch so professionell werden wie Giorgio? Giorgio ist der professionellste ever, Alter. Ey, das oder so. Abgesehen davon... War bei ihm abgut. Ja, Digga, aber jetzt war ohne Spaß. Ich konnte überhaupt nichts dafür. Boah, ich vergesse mal, dass wir hier im Road to Commander sind. Das ist ja schon wesentlich, ne? Alter, ich balle auf ihn. Er kriegt nicht einen Hitmark. Habt ihr es gesehen, Freunde? Eigentlich bin ich es immer gewohnt, dass ich irgendwie, ähm... Also, nur... Also, zocke, zocke, zocke. Dann habe ich ein gutes Gameplay. Das kann ich sofort kommentieren. Da ist der Koffer. Da ist der Koffer. Ich will den Koffer. Da ist der Koffer. Da ist der Koffer. Ich finde den Koffer extrem geil, muss ich sagen. Ich muss jetzt... Nein! Nein, Mann! Doch nicht von hinten, du Missgeburt, Mann! Aufgeputscht! Ich bin aufgeputscht! Auf Droge! Wuh! What the fuck! Ah! Wuh! War das knapp! Koffer! Hä? Koffer! Ah, da kommt der! Nein! Scheiße! Ich glaube, mein Gegner war eben auch aufgeputscht, Alter. So wie der gelaufen ist. Der ist richtig voll gelaufen wie so ein kranker Spasti, Alter. Digga, das passt wohl der Name, Alter. Ey, was ist das? Sie kommen immer von hinten! Wir sind nicht beim Christopher Street Day, mein Freund! Christopher Street Day? What the fuck, Alter. So viele Namen kennst aber auch nur du. Ganz ehrlich, wer hat es schon mal von Christopher Street Day, was gehört, Alter? Ey, Digga, ich bin aufgeputscht! Wuh! 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 gealter was denn da los bei denen kann es sein dass du 20 abschüsse machst du dass du übel schnell bist also wie ein blitz alter das ist so ein geiles gefühl auf geputzt zu sein alle weggeholz kann ich leider aufgeputzt sein als du ich bin ich bin ein blitz digger echt ich auch was hast du ein hund hast du jetzt stirbt alter schwede ist das leute tut mir leid für das gameplay aber ich kann mich nicht interessieren dieses spielmodus ist übel krank alter da ist er auch im englischen crank echt passt da alter aufgeputzt ja in dein gesicht oder kommt der nächste mit der neid Freunde was ist hier los der jojo das biest am start ich liebe diesen spielmodus der ist so geil alter ziemlich kreativ muss man sagen alter wuffi töt ihn danke ich mein hund macht nie was alter mein hund ist eine missgeburt ja du musst ihn auch erziehen mein hund ist ein elender hundersohn alter ey digga du musst ihn auch erziehen das ist eine oh 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 und man fühlt sich nachladen musstest du nachladen oder was digga wenn man wenn man äh dings dann ne genau das wollte ich sagen wenn man aufgeputzt ist ne ohne scheiß ich mein der macht einen kill was denkt er sich dann denkt man auch man ist voll unbesiegbar alter weil man so übel schnell ist oh 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 das waren noch die mails nachladen digga jetzt fällt mir wieder ein neues lied an beim letzten mal was schalert und jetzt wir werden sieger sein wir haben's drauf wir gehen richtig und dünn wir geben nie auf wir bleiben stark und bleiben mit freunden naaaaaaain die neid man best ans ende dieser weeelt ist das nicht schön? du weißt genau die reise muss weiter gehen hör nie auf denn du musst weiter drogen nehmen mit terrier hund alter beste episode ever von digga digga aaa aaa Oh, ba 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 ba. Mein Hund ist Iron Maid. Wie heißt der Nummer? Ist dein Hund männlich oder weiblich? Ah, den konnte ich nicht mehr wegholen. Scheiße. 20 zu 9. 12 zu 10. Ah ja. Der Modus ist übertrieben cranked. Das war ohne Spaß. Der Übelklang, Alter. Also mit meinem Elgato sieht es jetzt aus, dass alles gut läuft. Liebe Elgato, habe ich mich gestern gut durchs Handel. Gefällt dir das, Digga? Das macht mich übelst an. Der beste Spielmodus ever, Alter. Ohne Scheiß. Es macht richtig Spaß, muss ich sagen. Digga, tu mich noch mal bitte so abschlecken. Geil, Digga. Röpfst doch nicht in der Aufnahme, du Schwein, Mann. Wollen wir das jetzt noch mal spielen, oder? Ja, ja, lass noch. Immer wenn wir eine Folge aufnehmen, immer einen anderen Modus. Okay. Aber dieser Modus geht ja nicht irgendwie ziemlich kurz? Ich weiß gar nicht. Nein, Digga. Ach, bist du doof, Alter? Ja, guck mal. Ich will aber, guck mal, guck mal, dass wir jede Folge zwei Runden machen von jedem Modus. Egal, ob er jetzt 20 Minuten geht, wie zum Beispiel Herrschaft wird, glaube ich, richtig lang die Folge dann gehen. Oder, äh, jetzt wie hier, äh, aufgeputscht. Hm. Ja, aber irgendwann gibt's halt, sollen wir dann nochmal bei Teamdamage anfangen irgendwann? Ja, ja, genau. Wir machen das immer so. Echt? Ja. Und ich hab gehört, Suchen und Zerstören kommt wieder, Freunde. Was haltet ihr davon? Ich bin übertriebsglücklich, weil das war eigentlich immer der Modus, den ich jahrelang gesuchtet hab. Ja, weil es für mich immer, ja, wie soll ich sagen, die Spawns immer, die haben mich nie so gekratzt. Ich bin eher der taktische Spieler und, ähm, ich wasche auch sehr gerne, aber ich bin auch mal liebend gerne der defensive Spieler. Also damals bei MW3 war ich übelst das Biest in Suchen und Zerstören auf der Xbox. Ich finde sowieso, dass du eher so ein defensiver Spieler bist, du gehst nicht so auf Action eigentlich so. Digga, dann guck dir gleich mal mein Gameplay an. Guck dir das einfach an. Ich lauf rum wie so geisteskackert Spaß, die Digga. Das ist mir ein bisschen mehr davon, danke. Ey, 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 das, 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 das hat mir auch gefehlt, dass ich die Arme so nach oben schmack und einfach so rumlaufen wie so. Weißt du, was ich meine? Heftig, Alter, ohne Scheiß. Heftig, Alter. Ja, ich würd schon sagen, dass zum Snickers Ice, äh, zum Snickers Ice Beast schon die beste Serie ever ist, Alter. Ja, die ist übelst lustig. Also ich find's auch cool und, ähm, es macht echt übertrieben Spaß. Ja, und jeden Tag wird halt in der Folge hochkommen. Also, haltet alle steif bis zum Ende. Boah, Steffo, die müssen immer einen steifen Penis halten, bis wir die Runde beendet haben. Das ist doch, das ist doch für unsere Abonnenten Nebensache. Ah ja, das ist Standard bei denen, sorry. Tut mir leid. Okay, vier, drei, zwei, eins, go! Oh scheiße, ich bin da noch gar nicht aufgeputscht. Föderation. Schalten sie feindlich. Ah, ich glaub, ich hab den Koffer gleich bekommen. Ich packe meinen Koffer. Ey, sag mal, das spielen wir jetzt hier spielen. Und da haben ich... Pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel, ja? Ich sag jetzt zum Beispiel... Boah! Zwei Leute weggeholt! Nice. Unter mir! Wir machen jetzt ein Spiel, Digga. Was denn wir spielen? Wir machen jetzt im Spiel ein Spiel. Und zwar, das heißt, ich packe meinen Koffer. Okay, ich packe meinen Koffer, äh, mit, äh, was? Ähm... Kepper! Nein! Also, zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt, ich packe meinen Koffer eine Banane. Dann musst du sagen, ich packe meinen Koffer eine Banane und ein Handy. Und immer so weiter. Ah, okay, okay, okay. Okay. Und das beim Zocken, Alter. Okay, okay, okay. Okay, ich packe in meinem Koffer eine Zahnbürste. Äh, ich packe in meinem Koffer ein Dildo. Oh, guck, du verstehst es nicht. Oh. Dann musst du sagen, eine Zahnbürste und zum Beispiel... Ah, ich packe in meinem Koffer eine Zahnbürste und ein Dildo. Okay. Ich packe in meinem Koffer eine Zahnbürste, deine Dildo und einen Controller. Ich packe in meinem Koffer eine Zahnbürste, ein Dildo, einen Controller und eine Schlampe ein. Der Ding hat, nee, das packe ich dir, Koffer. Ah, okay. Specialistenbonus! Ah! Alter, mach das eine, das ist glücklich, Alter. Ha! Aber warum packst du in dein Koffer ein Dildo ein, Alter? Ja, kann man gewlauchen. Komm, wieder auf, bis zu gesteidet gekommen ist und dann... ...tot. Ja, ich glaube, ich kicke die Dingster hier in diesem Spiel. Was denn? Die Dingster, diese 25er-Streak. Ja, alles klar. Mit Ansagen oder was? Ja, ich hab schon den übelsten Streak. Alter, ja, ich kicke hier grad... Ja, gut. Gut, gut, Freunde, gut. Boah, der Bist! Ja. Meine Nachbarn denken, ich bin behindert, Alter. Aber damit haben sie... ...damit haben sie wahrscheinlich recht, Alter. Scheiße. Digga, wer ist heutzutage nicht behindert? Leute, die heutzutage nicht behindert sind, sind behindert, Digga. Stimmt, Alter. Du wei... Oh, 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 oh. Alter, war eigentlich fest? Muss sagen, es läuft ja ziemlich gut, Alter. Ich hab ein bisschen Herzkloppen. Digga. Was denn? Da kommt jemand jetzt, hundertprozentig. Feindliche Satcom gesichtet. Feindliche Satcom, scheiße. Kannst du die Mitte eliminieren, Alter? Oh, das wollte ich gar... Oh, scheiße, mein Vector. Ja, alles klar. Was für einen Streak hab ich gerade? Eine richtig gute, oder? Ey, ich bin grad so aufgeputscht, Alter. Aufgeputscht, da konnte ich gar nicht mehr sein, Alter. Echt? Ja, Alter, ich bin übel aufgeputscht, ey. Was hast du denn getrunken? Hä? Was? Alter, warum schwankt der denn so nach oben? Fast gestorben, Alter. Herzklopfen. Digga, kennst du sowas wie Herzklopfen? Ja, Digga, wenn ich dich höre, hab ich immer Herzklopfen. Oh. Ich hab sie gleich, Digga. Die K-Aimst, right? Ja. Als ob. Ja, ja, doch. Guck mal, ich hab auch keinen Tod. Boah, Digga! Was denn? Alter, wenn du das schaffst, ne? Das ist eine richtige Mischgeburt, Digga. Egal, wenn ich das schaffe, bin ich einfach im B-Stand. AAH! Scheiß, bin ich null! Schaffst du's? Tod's, Mann! Ach, du bist tot. Er freute sich, Alter. Oh, das tut mir jetzt leid. AAH! Oh, das tut mir jetzt leid, Digga! Uuuuh! AAH! 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 Uuh, bist du tot, Danny! Digga! Digga, lebst du noch? AAH! 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 Du bist so witzig, Alter! Du bist so richtig witzig, Alter! Digga, ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren wegen deiner Schlechtheit, weil du so schnell gestorben bist. AAH! Ich glaub das nicht, dass ich gestorben bin, Alter! Aus so einem Behindertengrund irgendwie, keine Ahnung. Hätt ich locker bekommen, Alter! Ich bin nicht gestorben gerusht, Alter! Ich bin grad selber übertrieben schlecht. 4 zu 6, Alter! Ich find auch nicht plötzlich irgendeinen. Ich wär auch froh, wenn ich überhaupt jemanden finden würde. Ich will mir hier suchen und finden, oder was? Granate! Angeflogen! Hopp! Fang das! Alter, was hab ich grad? Was ist los, ey? Spiel ich grad mit meinem... Ja, ich spiel echt übelst grad mit meinem Penis, Alter! Hey, was geht, Jojo? Du bist am Drogen! Ey, Digga, das ist die beste Folge ever, Alter! Ohne Scheiße, ey! Die macht übel Spaß! Ich könnte das jahrelang weitermachen, Alter! Scheiße, Digga! Okay! Ey! Ja, Freunde! Oh, Scheiße! Ich hau hier alles wieder um! Okay, Leute! Wir haben gewonnen! Ich bin Level 6, Alter! Es gibt nur 60 Level, ne? Ja! Das dauert ja echt jahrelang, Alter, bis wir das schaffen. Boah, was macht der da? Versucht der Ernst? Oh Gott! Ja, das Gute ist, dass grad WXP-Wochenende ist, aber... Ja, stimmt. Das wollen wir jetzt nicht so ausnutzen, weil die Serie soll ja ein bisschen länger gehen, als nur... Ja, ja. Ja, wir können die ja... Wenn die auch vorbei ist, können wir ja was anderes uns ausdenken, was wir zusammen machen, ne? Ja, das dauert sowieso noch bis Level 60, Alter! Boah! Ich bedanke mich fürs zu Ende schauen! Das war bis jetzt die allerbeste Folge, meine Meinung nach! Die beste Ever-Folge, Alter! Es gibt ja auch erst zwei! Kann man so sagen, Alter! Aber hat extrem Spaß gemacht! Lass jetzt einen Daumen nach oben da, wenn du die Folge genossen hast! Oder uns supporten willst! Das bedeutet uns sehr viel! Also, tu das jetzt! So sieht's aus, jetzt! Außerdem! War wirklich geiles Spiel, George! Hat wirklich Spaß gemacht! Übelst geil! Und abonnier jetzt meinen Kanal für besseren Sex! Und ich aber lasse George das Schlusswort! Ja, Freunde! Ja, ne? Also... Ich weiß nicht, was ich zum Schluss sagen soll! Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch! Und dann nehmt euch... Das Leben! Es gibt genug! Sachen im Haushalt! Und dann würde ich sagen, bis bald! Aber nicht im Wald! Euer Jorginho! Drei! Nein! Euer Danny muss auch sagen, Digga! Euer Danny! Okay! Drei! Zwei! Eins! Tschüss! Ciao! 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 Ciao!